Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. V, dem Fanhack, der es in der letzten Welt noch mal richtig krachen lässt. Die Level waren ziemlich schwierig und wir sind jetzt bei Molten Airship gelandet und ein abgestürztes Airship, durch das wir uns jetzt hier aufhalten müssen. Okay, Moment mal. Da gab es noch mal einen Pilz. Ah, den hätte ich jetzt gebraucht. So ein Mist. Naja gut, wir haben ihn noch mal. Jetzt ist Bewegungssteuerung gefragt hier. Aber ist okay. Da komme ich theoretisch gesehen hin. Okay, unten lang oder oben lang? Das ist die Frage. Wo ist die Starcoin? Wo ist die Starcoin? Ich habe noch keiner. Ja, vielleicht kann ich ja hier rein. Ne, hier kann ich nicht rein, aber hier geht's. Hm. Aber da muss es irgendwo reingehen. Das ist eine Röhre, wo ich rauskomme. Kann ich hier unten durch? Hier unten durchkomme ich auch nicht. Gibt's da nicht. Da ist schon die Speicherflagge. Ich habe definitiv definitiv irgendetwas verpasst hier. Was, was habe ich verpasst? Ich habe nichts, ich habe nichts gesehen, was mir was mir helfen würde. Also so geht's definitiv schon mal nicht. Ich habe noch mal, ich habe noch einen Propellerpilz. Aber ich glaube nicht, dass der Propellerpilz mir dass der mir helfen wird. Großartig. Und da ist er schon weg. Na großartig. Toll. Da ist er schon weg. Da ist er schon. Da ist er schon weg. Ich glaube nicht. Ach du Scheiße. Gibt's da nicht. Aber was soll's da unten geben? Irgendwo muss es hier was geben. Was bewegt das hier? Was bewegt das hier? Hier ist aber eine Röhre. Die Röhre führt irgendwohin, garantiert. Da unten ist eine Röhre. Ah, okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay. Ich kann mich töten. Ich kann mich umbringen. Ich hab die Röhre dort unten gesehen. Ich brauchte keinen Propeller halt. Okay, okay, okay. Gut. Das war nur, das war nur halt. Hier gibt's ja eh noch einen Pilz drin, ne? Hier gibt's ja eh noch einen Pilz drin, ne? Okay. Ich muss hier unten rein. Komm, 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 komm. Gibt's da nicht. Wob. Ich komm nicht da nicht hoch. Ach, leck mich doch am ... Ich komm ja halt hier nicht unten rein, ne? Gibt's doch gar nicht. Da muss aber auch das Timing passen hier, damit ich da unten in die Röhre reinkomme. Wenn da so eine... Es hätte sogar noch gereicht jetzt. Es hätte sogar noch gereicht, wenn ich nicht so hoch... Boah, hier verliert man ja Leben ohne Ende. Boah, ich will wenigstens in die erste Starcreen abspeichern. Hm, 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 hm. Ist aber irgendwo schon... Ist aber irgendwo schon... Geil, oder? Nein, warum springst du dort rein? Ich muss das, ich muss das abpassen. Ah, ich hätte keinen Pilz nehmen brauchen, ja. Ich muss das, ich muss das echt abtimen. Boah. Boah. Komm schon, jetzt. Boah. Ey, das war ein fieses Versteck. Also wenn jetzt hier nicht die erste Starcreen gewesen wäre, hätte ich jetzt, äh, hätte ich jetzt total an mir verzweifelt, ey. Okay. So, die erste haben wir. Boah. Hoffentlich ist die... Hoffentlich ist die zweite nicht so fies. Und die ist doch garantiert auch irgendwo... Okay. Die zweite war relativ... Die dritte wird es nochmal in sich haben, denke ich mal. Okay. Vielleicht hätte ich da hoch gemusst. Vielleicht hätte ich da hoch gemusst. Oder hier runter. Boah, das sehe ich aber nicht. Ja. Oder da hoch. Das ist nur ein Wunder. Echt? Ah. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da hinten bin, ey. Schade. Also entweder ist er... Am Ende irgendwo... Vielleicht habe ich ja Glück noch und komme noch mit dem Propo Knight bis da hin. Okay, hier gibt es kein Secret Exit, aber die dritte Star Coin. Okay, nochmal das Level. So, hier kann ich jetzt oben lang gehen. Das ist alles in Ordnung. Oder auch unten. Bei die Star Coin brauche ich nicht nochmal. So, abgespeichert ist. Hm. So, jetzt kann ich definitiv einen Propellerpilz benutzen. Weil ich bin ja, bin ja bei der Halbzeit Flagge. Ich bin ja bei der Halbzeit jetzt. Okay. Leck mich am Arsch. Also, da oben ist sie nicht. Vielleicht ist hier hinten irgendwo was. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. So. Wo bitteschön soll die hier sein? Ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ich vermute, dass die... Was ist die hier unten irgendwo? Ich sehe das nicht hier unten. Ich sehe das nicht hier unten. Ich weiß es nicht. 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 Aber das ist nicht... Was ist die Trommel? Das ist nicht... Irgendwas freispringen hier... Oh, da ist eine Röhre. Ja, da ist eine Röhre. Ich habe sie gefunden. Okay. Ganz schnell hier unten rein. Boah. Und jetzt? Ähm. Nein. Ist geil. Ist wirklich geil, ey. Wahnsinn. Was macht Mario denn? Was macht er denn hier? Das gibt es nicht. Ich bin total am verzweifeln gerade. Oh, nein, ey. Ich meine, gut, wir haben das Level schon erreicht. Was? Lass uns mal hier die Schose nochmal rüberstehen. Okay. So, da ist die Stalker. Ich muss das komplett... Warum hältst du dich nicht daran fest, Mario? Was bist denn du für eine Flachzange? Ey, das gibt's nicht. Ich meine gut, ich werde nicht mein Leben verlieren. Aber... Leck mich. Komm, flieg in die Luft. So. Weh, du hältst dich jetzt nicht daran fest, Mario. Aber ein schönes Versteck, muss ich sagen. So, die Frage ist... Oh, Gott. Plettere mal hier hoch. Oh, das ist so schön gemacht mit der Leiter. Wahnsinn. Also der Heck, der überrascht einen. Immer und immer und wieder. So. So, wir machen mal eine Feuerblume. Sehr schön. Und wir werden es in ein Leben wiederbekommen. Okay, Mario-Time. Mario-Time. Ich würde sagen, ein Level können wir uns noch anschauen. Wenn ich da natürlich genauso lange dran brauche wie bei dem hier. Bowser's Castle. Ist das schon das letzte Level? Das ist Schloss-Level, ne? Ich weiß nicht, was da noch kommt. Hm. Hm. Der Part... Nee. Komm. Das grande Finale machen wir im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Tschüssi.